Kann ich das neue Hinzuverdienstrecht für mich so nutzen, dass ich im Sommer 2023 aus einer Erwerbsminderungsrente in eine vorgezogene Altersrente gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bin EM-Rentner und beziehe eine befristete Erwerbsminderungsrente, habe einen Grad der Behinderung von 50 und habe das entsprechende Lebensjahr erreicht. Dass ich im September 2023 in eine vorgezogene Altersrente gehen kann, gelten dann für mich auch die neuen Regelungen der Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten, die es ja seit dem 1. Januar 2023 gibt. Seit dem 1. Januar 2023, das wissen wir, ist die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogener Altersgrenzen Renten ersatzlos weggefallen. Das heißt also, Sie können, wenn Sie eine vorgezogene Altersrente haben, anrechnungsfrei an Ihrer Altersrente dazu verdienen, wie viel Sie wollen. Das kann im Monat 500 Euro sein, das können aber auch eine Million Euro sein, das ist völlig egal. Bei EM-Renten gilt natürlich was anderes. Da haben wir jetzt höhere Hinzuverdienstgrenzen, bei der vollen über 17.000 Euro und bei der teilweise EM-Rente das Doppelte. Aber da gibt es natürlich Reglementierungen. Also wenn Sie da zum Beispiel einen Hinzuverdienst haben, dann müssen Sie auch gucken, dass Sie Ihre Stundenvorgaben einhalten. Wenn Sie aber aus der EM-Rente dann in eine Altersrente wechseln, gelten für Sie dann die Regelungen für die Altersrente und nicht mehr die Regelungen der EM-Rente. Und es gilt auch nicht das, was mal vorher war. Es wird also da vom 1. Januar bis zum 30.08. nichts angerechnet. Sondern wenn Sie ab 1.09.2023 eine vorgezogene Altersrente nach der EM-Rente bekommen möchten oder beantragen und die auch bewilligt bekommen, dann können Sie auf Ihre Altersrente, zum Beispiel für schwerbehinderte Menschen, dazu verdienen, wie viel Sie wollen. Das ist schlichtweg dann Ihre Sache. Dann gelten auch für Sie die Regelungen, die bei vorgezogenen Altersrenten ab dem 1. Januar 2023 gelten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Runde.